Hallo meine Lieben! So, heute möchte ich euch eine kleine Produktneuheit vorstellen. Und zwar handelt es sich hierbei um die drei neuen Reinigungsprodukte namens Perfect Clean von der Firma L'Oreal Paris. Die nette PR-Abteilung von L'Oreal hat mir die Produkte zum Testen zugesendet und da möchte ich euch jetzt auch ein bisschen was darüber erzählen. Also es sind drei neue Reinigungsprodukte mit verschiedenen Farben und die verschiedenen Farben stehen unter anderem auch für die verschiedenen Hauttypen. Da haben wir zum einen das blaue Waschgel, das ist geeignet für normale bis Mischhaut. Dann haben wir das gelbe Waschpeeling, das ist unter anderem geeignet für alle Hauttypen. Und last but not least haben wir eine rosane, musige Waschcreme, geeignet für trockene bis sensible Haut. Das Besondere an den Produkten ist, dass es drei tiefenwirksame Reinigungsprodukte sind, die jeweils ein integriertes Clean Pot besitzen. Das sind die Clean Pots und mit diesen Clean Pots reinigt ihr euer Gesicht. Das heißt also, ihr befeuchtet euer Gesicht mit Wasser, tragt dann das Produkt auf das Clean Pot auf und reinigt damit euer Gesicht in kreisförmigen Bewegungen. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal angewendet und muss ganz ehrlich sagen, es war ein super angenehmes Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber das Clean Pot hat hier so ganz zarte, ganz viele kleine Noppen. Und dadurch fühlt sich das an wie so eine leichte Mikrodermabrasion oder eine ganz sanfte Gesichtsmassage. Und schon während des Reinigens spürt man förmlich, um wie viel gründlicher und intensiver das Gesicht gereinigt wird, als mit bloßen Händen oder einem Waschlappen. Ich habe jetzt die meiste Zeit das blaue Reinigungsgel und das Waschbeeling benutzt. Und muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nach der Reinigung keinerlei Spannungsgefühl. Ganz im Gegenteil, die Haut hat sich wirklich super sanft, super glatt und auch extrem sauber angefühlt. Was ich noch ganz witzig finde bei den Produkten ist, dass dieses Clean Pot, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hier am Ende so einen kleinen Saugnapf besitzt. Und wenn ihr das Clean Pot wieder durch das Produkt schiebt, habt ihr hinten den Saugnapf. Und somit könnt ihr das an jede Vliese in eurem Bad anhaften. Und somit ist das wirklich noch super platt sparen und sieht ganz witzig aus. Die drei Produkte sind ab Januar 2011 im deutschen Handel erhältlich und liegen jeweils bei 5 Euro. Also ich finde, bei 5 Euro kann man wirklich nichts falsch machen. Die sind wirklich einen absoluten Versuch wert. Und mein absolutes Liebling ist das Waschbeeling. Das hat so einen wunderbaren Geruch. Das riecht so ganz fruchtig, ganz lecker. Hier, Mango, nach Mango Papaya, also ganz lecker, macht richtig Lust auf Urlaub. Ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen Lust auf die Produkte machen. Wie gesagt, ab Januar 2011 erhältlich. 5 Euro jeweils. Ich finde, probiert es wirklich mal aus. Ich finde die wirklich super schön, gerade die beiden Produkte und auch besonders das Waschbeeling. Und ja, vergesst auch nicht mal in Facebook auszuchecken, Romans of Colors. Ich hoffe, ich sehe euch auch da und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!